so oft geht's alter schwede ich dachte schon du hättest die von vorne gleich ja das geht schon jetzt habe ich dir dein spaß versemmelt macht nichts ach du scheiße ja warte mal ich glaube mal lieber auch da lang also das hat man schon mal ja genau aber ich muss sagen so fast kommt immer sehr geil also wenn er mit einem schuss kannst du die echt so dicker das heißt ich muss hier wieder meine munition ziehen hat es noch gereicht oder lebt ja es um nein da habe ich aber gleich wird der schwarm wieder links ist der schwarm wieder aktiv müssen wir hier rein das gut ich habe doch schon mit so einem fetten brummer gehört hier wahrscheinlich ist hier noch einer ja hier ist noch einer ich mach den mal kurz nein was den angeschossen die schwarm mutter ist ein 8 der dicke alter was nalo warum kommt mir auf einmal auf mich zu alter der froh was am appell warum ist er noch nicht total ja des und 40 geschmissen habe hat er ist der losgelaufen aber das hatte ich auch schon mal aber so richtig übel dann mit voller geschwindigkeit hat jetzt muss hier mal schnell weg jetzt war ich nur angezündet munition falls du brauchst warte mal ich komme mal wieder rein und feier die normalität jetzt ist ja ruhe munition wo ist das dreieck wo ist das dreieck hat doch alles klar ist ja brennt ein paar schweinchen lecker porkies wo ich hier lag ja das finde ich sehr ok munition meist fällt ist auch nicht das ist eine hütte oh nein da sind noch mehr hinten ist noch eine das ist man da hat die jammerreflexe noch was knorren gehört und dann warm 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 vorsichtig könnte sein dass da links hinterm haus gegner sind oder es ist ein zombie so schwarm mutter ist auch platt hier ist auch munition drin auch hier will einer gemessert werden sehr schön so ein bisschen aus dem weg geräumt super viel mal geil wenn man so durch dieses fenster springt auch total cool jetzt habe ich schon mal wieder munition drin ja aber ich habe keine lust rein zu springen nur eine kleine ist das blaue ding ja ja stimmt manchmal zeigt er das bei mir auch ganz komisch an also dann suche ich und suche ich und dann ich immer wo ist es denn ich werde getroffen und tot also von rechts und ohne jetzt wenn du rechts um die ecke guckst mal gucken ob sie dich plündern komm komm da liegt das stück fleisch holst dir da schmeckt ne ah scheiße aber fast oh man ich kann doch mal schnell die waffe